Wenn Sie Ihren Geist dem Dharma zuwenden, gewinnen Sie weder Sicherheit noch Bestätigung. Wenn Sie den Geist dem Dharma zuwenden, finden Sie keinen Boden, auf dem Sie stehen können. Wenn Sie Ihren Geist dem Dharma zuwenden, erkennen Sie Vergänglichkeit und Wandel an und lernen, mit der Hoffnungslosigkeit umzugehen. Auf Tibetisch gibt es einen interessanten Ausdruck. Je-Tang-Chi. Je bedeutet ganz und gar, vollständig. Der Rest des Begriffes bedeutet erschöpft. Zusammen bedeutet Je-Tang-Chi also völlig erschöpft. Wir könnten auch sagen, endgültig die Nase voll haben. Gemeint ist eine Erfahrung völliger Hoffnungslosigkeit, das vollständige Aufgeben jeglicher Hoffnung. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist der Anfang vom Anfang. Ohne die Hoffnung aufzugeben, dass es irgendwo besser ist oder dass man selbst irgendwie besser sein könnte, werden wir niemals gelassen akzeptieren, wo wir sind und wer wir sind. Man könnte sagen, dass der Begriff Achtsamkeit den Zustand des Einsseins mit unserer Erfahrung beschreibt. Ohne Distanz, ganz präsent. Wenn unsere Hand den Türknauf berührt, wenn das Telefon klingelt oder Gefühle aufsteigen. Das Wort Achtsamkeit bedeutet, exakt da zu sein, wo wir gerade sind. Je-Tang-Chi allerdings ist alles andere als leicht verdaulich. Es drückt die für den spirituellen Pfad unerlässliche Entsagung aus. Zu glauben, irgendwann würden wir schon alles auf die Reihe kriegen, ist unrealistisch. Nach dauerhafter Sicherheit zu streben, ist vergeblich. Wenn wir unsere uralten und zutiefst eingefahrenen geistigen Gewohnheitsmuster verändern wollen, müssen wir einige unserer grundlegendsten Annahmen hinterfragen. Wir glauben an ein solides, separates Selbst. Wir versuchen unaufhörlich, Befriedigung zu finden und Schmerz zu vermeiden und machen irgendwen dort draußen für unseren Schmerz verantwortlich. Von all diesem Denken müssen wir endgültig die Nase voll haben. Wir müssen die Hoffnung, dass mit dieser Art zu denken, wirkliche Befriedigung zu erreichen wäre, völlig aufgeben. Das Leiden beginnt sich erst dann aufzulösen, wenn wir den Glauben oder die Hoffnung, uns doch irgendwo verstecken zu können, ernsthaft in Frage stellen. Hoffnungslosigkeit bedeutet, dass wir nicht mehr den Nerv haben, unseren Trip weiterzumachen. Vielleicht würden wir unseren Trip gerne noch aufrechterhalten. Wir sehnen uns nach einem verlässlichen, tröstenden Boden unter unseren Füßen, aber wir haben uns schon auf tausenderlei Weise zu verstecken versucht und tausend Mittel und Wege probiert, die losen Enden zusammenzufügen, und trotzdem schwankt der Boden unter uns. Der Versuch, dauerhafte Sicherheit zu finden, lehrt uns eine Menge, denn würden wir es nie versuchen, könnten wir nicht erkennen, dass es unmöglich ist. Sobald wir unseren Geist dem Dharma zuwenden, beschleunigt sich dieser Entdeckungsprozess. Bei jeder Wendung unseres Lebens erkennen wir erneut, dass es völlig hoffnungslos ist. Wir können einfach keinen sicheren Boden unter die Füße bekommen. Der Unterschied zwischen einer theistischen und einer nicht-theistischen Haltung ist nicht nur der, ob man an einen Gott glaubt oder nicht. Diese Frage geht alle an, Buddhisten ebenso wie Nicht-Buddhisten. Der Theismus entspricht der tiefen Überzeugung, dass es irgendwo eine haltende Hand gibt. Wenn wir nur das Richtige tun, wird irgendjemand das anerkennen und für uns sorgen. Wir alle neigen dazu, unsere Verantwortung abzugeben und unsere Autorität zu delegieren. Die nicht-theistische Haltung bedeutet, dass wir uns in der Ambivalenz und Unsicherheit des gegenwärtigen Moments entspannen, ohne nach etwas zu greifen, das uns schützen soll. Manchmal halten wir auch den Dharma für etwas außerhalb von uns Existierendes, etwas, an das man glauben kann, dem man gerecht werden muss. Dharma ist jedoch kein Glaube. Dharma ist kein Dogma. Der Dharma ist völliges Akzeptieren von Vergänglichkeit und Wandel. Wenn wir versuchen, nach den Lehren zu greifen, lösen sie sich auf. Wir müssen sie ohne Hoffnung erfahren. Viele mutige und mitfühlende Menschen haben die Lehren persönlich erfahren und gelehrt. Ihre Botschaft ist furchtlos. Dharma war niemals als Glaube gedacht, dem wir blind folgen sollen. Dharma gibt uns nichts, woran wir uns festhalten könnten. Nicht-theismus bedeutet, schließlich einzusehen, dass es kein Kindermädchen gibt, auf das man sich verlassen könnte. Für diejenigen, die sich an etwas festhalten wollen, ist das Leben sogar noch unbequemer. Von dieser Warte aus betrachtet, gleicht der Theismus einer Sucht. Wir alle sind süchtig nach Hoffnung. Der Hoffnung, dass der Zweifel sich lichtet und das Geheimnis gelöst wird. Diese Sucht hat schmerzliche Auswirkungen auf die Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die sich aus Menschen zusammensetzt, die alle unbedingt festen Boden unter die Füße bekommen wollen, ist kein sehr mitfühlender Ort. Die erste, edle Wahrheit des Buddha versichert uns, dass die Tatsache, mit Leiden konfrontiert zu sein, nicht bedeutet, dass etwas falsch läuft. Welch eine Erlösung! Endlich hat jemand die Wahrheit gesagt. Leiden ist einfach Teil des Lebens, und wir müssen nicht glauben, dass wir etwas falsch gemacht haben. In Wirklichkeit jedoch glauben wir immer noch, dass etwas grundsätzlich nicht stimmt, sobald uns Leiden begegnet. Solange wir süchtig nach Hoffnung sind, glauben wir, unsere Erfahrung betäuben oder aufputschen oder sonst wie verändern zu können. Und leiden weiter. Das tibetische Wort für Hoffnung oder Erwartung ist Reva. Das Wort für Furcht oder Befürchtung ist Dokpa. Meist wird aber der Begriff Redok benutzt, der die beiden zusammenzieht. Hoffnung und Furcht, Erwartung und Befürchtung, das ist ein Gefühl mit zwei Seiten. Solange eines vorhanden ist, gibt es immer auch das andere. Redok ist die Wurzel unseres Schmerzes. In der Welt von Hoffnung und Furcht müssen wir ständig den Kanal wechseln, die Temperatur anpassen, die Musik verändern, weil immer irgendetwas unbequem wird. Etwas wird kribbelig, etwas beginnt zu schmerzen und schon suchen wir nach Auswegen und Alternativen. In einem nicht-theistischen Geisteszustand ist das Aufgeben der Hoffnung eine Bestätigung, der Anfang vom Anfang. Man kann den Rat, gibt die Hoffnung auf, sogar statt gewöhnlicher Sinsprüche wie tagtäglich ein bisschen besser an die Kühlschranktür pinnen. Hoffnung und Furcht, Erwartung und Befürchtung kommen aus einem Gefühl des Mangels. Sie sind Manifestationen einer Armutsmentalität. Wir können uns nicht so akzeptieren, wie wir sind. Wir klammern uns an Hoffnungen und die Hoffnungen rauben uns den gegenwärtigen Augenblick. Wir glauben, jemand anders würde durchblicken, uns aber scheint etwas zu fehlen und darum ist auch unsere Welt nicht vollkommen. Statt uns von unserer Negativität überwältigen zu lassen, können wir auch eingestehen, dass wir uns momentan beschissen fühlen und uns die Lage ohne Zimperlichkeit anschauen. Das ist die mitfühlende Haltung. Das ist die mutige Einstellung. Wir können den Mist riechen, wir können ihn fühlen. Wie ist er beschaffen? Welche Farbe, welche Form hat er? Wir können die Natur von dem Mist, auf dem wir sitzen, erforschen. Wir können das Wesen der Beschämung, Aversion oder Verlegenheit ausloten und müssen nicht glauben, es wäre damit etwas nicht in Ordnung. Die grundlegende Hoffnung, es gäbe ein besseres Ich, das eines Tages zum Vorschein kommen müsse, können wir endlich fallen lassen. Wir können aber nicht so tun, als seien wir überhaupt nicht vorhanden und uns selbst überspringen. Es ist gesünder, einen klaren Blick auf all unsere Erwartungen und Befürchtungen zu werfen. Dann kann Vertrauen in unsere grundlegende geistige Gesundheit entstehen. Hier kommt Entsagung ins Spiel. Wir entsagen der Hoffnung, dass unsere Erfahrung anders sein könnte, als sie ist. Wir entsagen der Hoffnung, dass wir besser sein könnten, als wir sind. Die monastischen Regeln des Buddhismus, die den Verzicht auf Alkohol, Sex usw. verlangen, sagen nicht, dass diese Dinge an und für sich schlecht oder amoralisch sind, sondern dass wir sie als Krücken missbrauchen. Wir benutzen sie als Ausflüchte. Wir benutzen sie, um uns zu trösten und abzulenken. Tatsächlich entsagen wir aber der hartnäckigen Hoffnung, dass wir von uns selbst erlöst werden könnten. Entsagung ist eine Übung, die uns dazu inspiriert, jedes Mal, wenn wir uns wieder an etwas klammern wollen, weil wir uns nicht trauen, der Realität ins Gesicht zu schauen, nachzuforschen, was eigentlich genau vorgeht. Einmal habe ich mich im Flugzeug mit einem Mann unterhalten, der im Laufe unseres Gesprächs immer wieder die verschiedensten Pillen einnahm. Ich fragte ihn, was nehmen Sie denn da ein? Er antwortete, dass er Beruhigungsmittel nehme. Ich fragte weiter, oh, sind Sie nervös? Er entgegnete, nein, im Moment nicht, aber wenn ich heimkomme, werde ich unruhig. Sie können über diese Geschichte lachen. Aber was machen Sie, wenn Sie sich unbehaglich, unruhig, mulmig fühlen? Spüren Sie Ihre Panik ganz bewusst? Bemerken Sie, wie Sie augenblicklich nach etwas greifen? Dieses Greifen ist auf Hoffnung gegründet. Hoffnungslosigkeit bedeutet, nicht zu greifen. Wenn Hoffnung und Furcht zwei Seiten ein und derselben Medaille sind, dann gilt das auch für Hoffnungslosigkeit und Vertrauen. Sobald wir bereit sind, die Hoffnung aufzugeben, dass Unsicherheit und Schmerz beseitigt werden können, entwickeln wir den Mut, uns in der Bodenlosigkeit unserer Situation zu entspannen. Das ist der erste Schritt auf dem Pfad. Hätten wir kein Interesse daran, über Hoffnung und Furcht hinaus zu gehen, worin läge dann der Sinn, Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha zu nehmen? Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha zu nehmen, hat mit dem Aufgeben der Hoffnung zu tun, jemals wieder Boden unter die Füße zu kriegen. Wenn diese Art der Lehre, gleichgültig, ob wir ihr nun voll und ganz gewachsen sind oder nicht, uns eigenartig vertraut klingt, wenn sie etwas in uns anrührt, das den Gefühlen eines Kindes ähnelt, das seine Mutter nach langer Trennung endlich wieder sieht, dann sind wir zur Zufluchtnahme bereit. Hoffnungslosigkeit ist der wahre Nährboden. Begreifen wir das nicht, machen wir die Reise in der Hoffnung auf Sicherheit. Wenn wir uns aber auf die Reise machen, um Sicherheit zu finden, zielen wir voll daneben. Natürlich können wir auch unsere Meditation mit der Hoffnung auf Sicherheit üben. Wir können die Lehren des Buddha mit der Hoffnung auf Sicherheit studieren. Wir können sämtlichen Richtlinien und Instruktionen mit der Hoffnung auf Sicherheit folgen. Aber das wird uns nur Enttäuschung und Schmerz bringen. Wir können uns eine Menge Schmerz und Enttäuschung ersparen, wenn wir diese Botschaft sehr ernst nehmen. Beginnen Sie die Reise ohne die Hoffnung auf Boden unter den Füßen. Beginnen Sie mit Hoffnungslosigkeit. Alle Ängste, alles unbefriedigt sein, all die Gründe für die Hoffnung, dass unsere Erfahrungen anders sein könnten, als sie sind, gründen in unserer Angst vor dem Tod. Immer ist es die Angst vor dem Tod, die im Hintergrund lauert. Der Zen-Meister Shunruyu Suzuki Roshi sagte, Leben gleicht einem Boot, das gerade ausläuft und schon sinkt. Aber tatsächlich an unseren eigenen Tod zu glauben, gleichgültig wie viel wir darüber hören, ist nicht so einfach. Viele spirituelle Praktiken wollen uns ermutigen, unseren eigenen Tod ernst zu nehmen. Aber es ist erstaunlich, wie schwierig es ist, diese Betroffenheit zuzulassen. Das Einzige im Leben, auf das wir uns wirklich verlassen können, ist uns allen unglaublich fern. Wir gehen zwar nicht so weit zu sagen, ich werde auf keinen Fall sterben, weil wir es natürlich besser wissen, aber das wird definitiv erst später sein. Das ist unsere größte Hoffnung. Trungpa Rinpoche hielt einmal einen öffentlichen Vortrag zu dem Thema Tod im Alltag. Wir wachsen in einer Kultur auf, die den Tod fürchtet und versteckt. Dennoch erleben wir ihn dauernd. Wir erleben ihn in Form von Enttäuschung. Wir erleben ihn, weil die Dinge sich ständig im Prozess des Wandels befinden. Wenn der Tag endet, wenn die Sekunden wechseln, wenn wir ausatmen, das ist der Tod im Alltag. Der Tod im Alltag kann auch die Erfahrung all dessen sein, was wir nicht wollen. Unsere Ehe funktioniert nicht. Unser Job läuft nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Eine Beziehung mit dem Tod im Alltag haben bedeutet, dass wir fähig werden zu warten, fähig uns in der Unsicherheit, der Panik, der Verlegenheit, dem Nichtfunktionieren der Dinge zu entspannen. Im Laufe der Jahre rufen wir immer weniger nach dem Kindermädchen. Tod und Hoffnungslosigkeit sorgen für die richtige Motivation, die richtige Motivation für ein einsichtsvolles, mitfühlendes Leben. Meist jedoch ist die Abwehr des Todes unser wichtigster Beweggrund. Gewohnheitsmäßig wehren wir jedes Problem ab. Wir versuchen stets zu leugnen, dass es ganz natürlich ist, dass Dinge sich verändern, dass uns der Sand durch die Finger rinnt, Zeit vergeht. Das ist so natürlich wie der Wechsel der Jahreszeiten und die Abfolge von Tag und Nacht. Aber alt zu werden, krank zu werden, zu verlieren, was wir lieben, das sehen wir nie als natürliche Vorgänge. Wir wollen die Ahnung des Todes abwehren, koste es, was es wolle. Wenn uns etwas an den Tod erinnert, geraten wir in Panik. Das ist nicht so einfach, wie sich in den Finger zu schneiden und schnell ein Pflaster auf die blutende Wunde zu kleben. Zusätzlich prägen wir die Situation durch unseren persönlichen Stil, einige bleiben stoisch sitzen und lassen das Blut über ihre Kleider fließen, einige werden hysterisch, Heftpflaster reicht nicht, sie rufen einen Rettungswagen und lassen sich ins Krankenhaus bringen. Einige kleben Designerpflaster auf die Wunde. Wie immer unser Stil auch aussehen mag, niemals ist es unkompliziert, nie ist es die einfache Ebene der nackten Existenz. Können wir nicht einfach auf die Ebene der nackten Existenz zurückkehren? Können wir nicht einfach zurückkommen? Das ist der Anfang vom Anfang. Nackte Existenz, altes Haus. Nackte Existenz, blutiger alter Finger. Zurück zum Ausgangspunkt, zum Minimum der nackten Existenz. Sich anfreunden mit dem gegenwärtigen Moment, mit der Hoffnungslosigkeit, mit dem Tod, mit der Tatsache, dass Dinge enden, dass sie vorbeigehen, dass sie keine dauerhafte Substanz besitzen, dass sich alles ständig wandelt. Das ist die grundlegende Botschaft. Wenn wir über Hoffnungslosigkeit und Tod sprechen, reden wir davon, dass wir den Tatsachen ins Auge schauen. Keine Flucht. Wir mögen noch in allen möglichen Abhängigkeiten stecken, aber wir hören auf, in ihnen Tore zum Glück zu sehen. Wie oft haben wir schon wegen der kurzfristigen Befriedigung unserer Sucht nachgegeben. So oft, dass wir genau wissen, dass das Klammern an diese Hoffnung eine Quelle der Qual ist, die aus der Kurzzeitbefriedigung eine Langzeithölle macht. Die Hoffnung aufzugeben, enthält die Aufforderung, bei sich selbst zu bleiben, sich mit sich selbst anzufreunden, nicht vor sich selbst davon zu laufen, zur nackten Existenz zurückzukehren, egal was geschieht. Der Hintergrund der ganzen Misere ist die Angst vor dem Tod. Angst vor dem Tod ist der Grund für unsere Rastlosigkeit, unsere Panik, unsere Angst. Wenn wir jedoch völlige Hoffnungslosigkeit erfahren, jede Hoffnung auf eine Alternative zum gegenwärtigen Augenblick aufgeben, können wir eine positive Beziehung zu unserem Leben aufbauen. Eine aufrichtige, unmittelbare Beziehung, in der wir die Realität von Vergänglichkeit und Tod nicht länger ignorieren. Beimpare die auch die Situation. Beimpare die auch die Situation. Beimpare die auch die Sachen. Untertitelung des ZDF, 2020